Dieses Thesois. Thesois ist ein großartiger griechischer Schiffsfahrer. Er bekämpft Unwesen, die halb Menschen, halb Stier sind. Er befährt das ganze Meer und raubt auch gerne kleine Mädchen. Dabei erleidet seine weltweit bekannte Karavelle ordentlichen Schaden. Zum Beispiel, als ein ungeschickter Matrose die Segel in Brand setzte. Glücklicherweise hatte er einen Freund, welcher Zimmermann und Besitzer einer Werft ist und welcher sein Schiff immer wieder reparierte. Sein Name war Horatio. Auch ein Kampf mit einem Siegungeheuer muss sein Schiff aushalten. Horatio hatte viel zu tun, bis jedes Teil des Schiffes mindestens einmal repariert werden musste. Sein Freund Horatio bewahrte jedoch über diese ganzen Jahre hinweg jedes einzelne dieser alten Teile auf und fertigte ein neues Schiff nur aus diesen alten Teilen. Als Thesois dieses Schiff sah, fragte er sich, welches von diesen beiden Schiffen ist jetzt meines. Das Schiff, welches aus all den aufbewahrten Teilen besteht, ist ja mein eigentliches und das, welches ich nun mein Besitztum nenne, besteht plötzlich aus völlig fremden Teilen. Verhandlung Untertitelung des ZDF, 2020